hallo zusammen willkommen bei generation zero freut mich dass ihr wieder mit dabei seid schön gut das letzte mal haben wir den bauernhof da ja gesäubert und jetzt der weg nach salt ham 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 so erscheint dass die meisten leute hier in richtung eines dorfes namens salt ham wie auch immer das ausgesprochen wird aufgebrochen sind in dem sich angeblich ein luftschutzbunker befindet vielleicht ist da wo alle was vielleicht ist das vielleicht ist das wo alle abgeblieben sind okay alles klaren luftschutzbunker schön den suchen wir doch mal gucken wo ist denn hier das sollte ah ja die nächste große stadt cool ich bin schon gespannt dann würde ich mal sagen wir begeben uns wieder auf die straße ich glaube das müsste ich hier alles weggelotet haben mittlerweile ich glaube schon darüber auf den rüber zur straße hier sieht ein auto habe ich habe ich das auto schon mitgenommen ich weiß es nicht es sieht noch so zu aus unverbraucht ist nichts drin okay alles klar gut gehen wir weiter die schon geil aus kann sich oft genug betonen wie geil das spiel daraus sieht wahnsinn der sonnenaufgang oder untergang ich weiß gar nicht wie viel haben wir keine uhr es sieht auf jeden fall nice aus richtig schön guckt euch das an was dazu würde ich irgendwas drin jawohl hallo hallo was haben wir denn hier folgen was dein inventar ist voll okay ja scheiße das können wir noch darunter packen was ist das denn hier ich habe keine ahnung was ja dass ich ja alles mit mir umschleppe was ist das feuerwerkskörper betrungstiktator ok hättest du hier noch stacken pläne legt den mal weg schalldämpfer haben wir zwei eine radio genügt er kommt das lassen wir auch mal das haben wir auch mal da was ich damit soll weiß ich auch noch nicht egal vollmantel munition ich glaube ich muss auch mal ist die munition außen ist das gefühl weil irgendwie schleppe ich die obersten das klipp ich viel zu viel mit mir rum und mache es die tür auf hier was bist du als keine kassette glaube okay jetzt sagt die karte ist noch ein stückchen fantastisch echt fantastisch ja schick schick ich komme gar nicht mehr auf wenn screenshots zu machen einfach so gut aussieht ja ja drei meilen bis steht da kann ich nicht entziffern gleich mal die aussicht an aber oder so wie weit ist denn es denn hier oje oje also die map ist schon sehr sehr groß ist da hinten irgendwas aber wir haben noch ein verflutes wieso benutze ich denn nicht da hinten scheint irgendwas zu sein da kann man mal hin langsam nicht die füße brechen nicht die füße brechen das war ein bauernhof für mich nicht alles täuscht gehen wir erstmal dahin da ist ein haus und natürlich maschinen eine waffe gibt es hier meine mit waffe das ding da oder tatsächliche waffe zum finden mir gerade ein bisschen unsicher besser was auch das kommt wenn man testen 1 hier ist nur eine interessant ok dann pirscheln wir uns mal ran kann man eigentlich auch schwimmen immer interessieren was gibt es hier offenbar nix mal gucken kann nicht schaden naja leck mich doch alter schwede das war knapp ich glaube ich muss mir jetzt alle medikits reinballern das hat so keinen wert ne hast du die dinge wieder abgelegt oder natürlich hast du sie wieder abgelegt warum auch immer alt nein 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 sie sieben danke ja komm den letzten dann sind wir wieder voll äh jetzt gemacht hä wieso steht da jetzt high school naja egal so ab ins haus aber erstmal den schuppen wie immer nur um zu sehen dass wir nichts finden außer medikits wunderbar okay ich nehme alles wieder zurück da hinein in die gute stube was gibt es hier make-up stern jetzt haben wir doch schon naja kommt ne mit ja das war schwedisch ok ja bei der burg da will ich aber nicht unbedingt noch mal hin wenn das die burg ist was haben wir hier noch medikits oh ja geil und noch eins ja super können ruhig ein paar mehr rumliegen hätte ich nichts dagegen erscheint flash hier ist auch nichts dann gehen wir mal nach oben ich finde mir da noch was steht hier was war denn das jetzt war ich das da schreibt mir die ja tatsache cool das versuche der findet ok ja ich suche schon ich suche ich suche ich suche aber ich finde nix ah ja doch hallo neue waffe geil ah perfekt so wie funktioniert das lass ich mal gucken ja ja so ein schalldämpfer jawohl geil okay das das visier ist nicht mehr so frisch ich hab nur das ja ok kann man das auch reparieren sag mal ergänzung entfernen zielfernrohr kann man das irgendwie reparieren vernachlässigt gibt es hier sowas wie reparaturkits ne das ist munition ne vollmantel munition pistolen munition naja ok ich lasse es erstmal drauf das soll ja vorerst mal reichen schalt einfach mal jetzt auch wunderbar geil so nicht aus kostet nur strom so das war's geil aber immerhin endlich mal eine vernünftige waffe hat sich auf jeden fall gelohnt jetzt mal gucken was es hier noch gibt die waffe kann sowieso nicht toppen ist ja dann sind es noch irgendwie paramedic kills ah ja cool ich kann sogar so geil das macht laune das mag ich ja gar nicht wenn man den spielen mit wenn der sniper nicht suchen kann oh wo ist der kerle die gleich mal testen das was wird glaube ich soll einfach gleich mit der pistole drauf zu rennen habe ich glaube bessere chancen als mit der das schneiber hier oh ja ne das ding kann es behalten es nimmt nur platz weg jetzt sollte man ein bisschen mehr schleichen ne ok naja die guten alten paletten mit holzrahmen man kennt sie jetzt hat er mich wieder gehört scheiße so lange nicht hier reinkommt alles in ordnung ok die sind gar nicht mal so dumm die dinger na komm ich glaube ich spare mir mal ein bisschen die schrug munition warte mal warte mal warte mal ah schön blöd oh scheiße die brennen gar nicht mal so lange wo ist er jetzt der bursche der bursche oh der lebt noch oh nein da ist auch noch einer oder was ist das äh ah das ist der lied ok aber wieso ist hier gelb darf ich da rein nö ok darf ich nicht na komm wo ist er da sauzahn soviel zu munition sparen soviel dazu kampf gewonnen logisch ich hab's halt drauf naja genau nimm die beine in die hand weiße geiler geiler schuss so kampf gewonnen ahja fertigkeitspunkte sollte ich auch mal verteilen fällt mir gerade mal so ein wäre vielleicht gar nicht so schlecht war relays antennensignal unbekannte signalfrequenz ok was ist das warum hab ich denn das gefühl dass ich muss das ding kaputt machen oder auch nicht ok kürzlich nämlich gar nichts aufprallwiderstand kann ich mir den mit dem ding irgendwie nö ok dann war eben nicht sondern hier das einstecken da ist auch noch ein kistchen ohne was drin hier war nix ok wo muss man nochmal hin ach ja über die brücke da hinten alles klar wo auch immer die brücke ist ich weiß es gerade nicht wo bin ich denn ich muss wieder zur straße sind aber noch gebäude sag mal ich glaube ich komme wieder zurück straße ist da ja genau hier ist die straße ok dann gehen wir da lang ist das jetzt richtig jawohl passt äh ja könnt ihr mal irgendwann in die kommentare schreiben wenn ihr was haben wir hier ein auge wenn ihr wisst was mit diesen was ich mit diesen antennen auf sich hat bin ich momentan noch überfragt hallo darf ich da mal den rucksack ran was naja dunkelgrün rückwärts naja wieso nicht den haben wir schon vernachlässigt auch vernachlässigt schaden macht keinen unterschied egal ich nehme die jetzt trotzdem mal mit wer weiß vielleicht kann man es ja noch gebrauchen wer weiß wer weiß irgendwann schon wieder eine maschine gehört oder ja da ist die nächstgrößere stadt genau alles klar oh was haben wir hier ne mit ne mit alles mitnehmen ist das jetzt besser ne ist auch vernachlässigt einmal hier was haben wir da drauf ne ich hab nicht mein inventar schon wieder voll Mist egal guck mal hinten ist sogar ein Leuchtturm geil oder das gefühl ist wirklich die ganze zeit irgendwas hören so maschinentechnisch da wird es kräftelt ein ja hoch so schauen wir mal irgendwie nichts ne zumindest bisher noch nicht ich finde den Luftschutzbunker und erkunde ihn okay oh wie viel Loot hier bestimmt rumliegt voll geil oder alles klar dann such mal eben den Bunker das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge okay ich dachte gerade hier hätte ich was gehört jo dann bedanke ich mich fürs Zusehen vielen Dank fürs Einschalten und vergesst nicht lasst mir gerne ein Like da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder macht's gut und bis dann ciao ciao und bis dann